John Stomberg gilt als einer der Top-Markierer der Branche. Warum? Zeig's ja vor allem bei Pinstrivings. Erst arbeite ich entlang der silbernen Fläche an der Seite, dann oben. Anschließend noch das Logo und dann wird alles wieder auseinandergenommen, um den Klarlack aufzutreiben. In den Jänner erscheint der Herbst grünfeilig angeboten, goldene Wetterfallen von Warwick Town.